2026 auf 360-Grad-Bühne Helene Fischer kündigt Megatournee an Höher, schneller, weiter, Helene Fischer schraubt ein weiteres Mal an ihrer eigenen Messlatte. So kündigt die Schlagerqueen nun bereits eine Tournee im Jahr 2026 an, die womöglich alle ihre bisherigen Shows in den Schatten stellen könnte. Pause? Das Wort scheint Helene Fischer nicht zu kennen. Nachdem sie mit ihrer erst vor kurzem beendeten Rausch-Tour in 70 ausverkauften Konzerten insgesamt rund 800.000 Fans glücklich gemacht hat, plant sie auch schon atemlos weiter für die Zukunft. Ja, die Planungen reichen jetzt sogar schon bis in das Jahr 2026 hinein. 2026 wird für Helene Fischer nicht irgendein Jahr sein. Vielmehr feiert sie dann ihr 20. Jubiläum als Schlagerprofil, 2006 war ihr erstes Album von hier bis unendlich erschienen. Zu diesem Anlass habe sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, verrät Fischer ihren Fans nun auf ihrer Instagram-Seite. Ich möchte euch mit einer neuen spektakulären Tournee überraschen, im Juni-Juli 2026 werde ich die Stadien auf einer einzigartigen 360-Grad-Bühne rocken. Ich weiß, bis dahin vergeht noch etwas Zeit, die wir aber benötigen, um euch auch im Sommer 2026 mit einer beeindruckenden Show in einen Höhenrausch zu versetzen, erklärt die 39-Jährige. Ticketverkauf startet schon jetzt. Auf Fischers Webseite werden bereits die Stationen des Konzertspektakels bekannt gegeben. Nach dem Tourauftakt in Berlin am 13. Juni 2026 geht es über Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg und Wien bis nach Zürich. Zudem sei auch ein Auftritt in München fest eingeplant, der in Kürze bestätigt werden soll, heißt es. Unglaublich, aber wahr, die Tickets für die Shows in über zweieinhalb Jahren gehen in den kommenden Tagen bereits in den Verkauf. So können sich die Fans etwa ab sofort bis Sonntag um 17 Uhr auf der Webseite der Sängerin registrieren. So können sich die Tickets für die Tickets für die Tickets für die Tickets für die Tickets.